Ende So, dann Ausrüstung Ohrring haben wir Kugelsicher ist besser Amulett haben wir nur das Ring Diebeskunstmeer Ich denke, das wird im Kampf besser sein Dann an den Füßen Rüstungen Beziehungsweise Bekleidungen Haben wir ja nichts Dann haben wir nur Unser schönes Ähm Gelbwand, sag ich mal In Ähm Blau Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen Aye, Captain Ja, und zwar wieder hierhin Nun haben wir ja, was wir brauchen Aber noch hinten war nicht alles ausgerüstet Zuerst den Rum Dann den Krog Dann die Bloody Mary Dann kann ich einfach, weil es ganz knapp wird Eins für Krog Denn der regeneriert uns nicht Der Füllt sofort Ganz auf Gibt sofort Volles Leben Das dann im Kampf Wenn es mal knapp wird Hier können wir nichts aufsammeln Naja, naja So, mit frischen Kugeln Können wir hier wieder in die Schlacht ziehen Gegen diese Bieste Ja, kommt doch her Oh oh Mist Haben die uns schon entdeckt Ah, da cool Ah, Mist Aha, wieso drei verdäht denn ihr? Ach, Mist Denn was? Ausrüstung Rechte Hand Mist Da macht doch ziemlich Schaden Die sind einfach verdammt stark hier Diese Bieste Da könnt ihr sagen, was ihr wollt Die sind Wut? Der hat sich Regeneriert Ja, aber klar doch Ja, aber klar doch Aber sicher doch Aber sicher doch Hat der sich Regeneriert Komm Komm Lass doch Das sein Hier Pats Junge Na, was hast du denn gedacht Was ich mit dir mache Wenn ich mit dir fertig bin So, komm Den Speer noch mitnehmen Hier Und dann Rauf hier Und die anderen noch Abschlachten Ja, ich bin Hallo, kannst du mal rennen? Meine Fresse! Kann doch wohl nicht wahr sein! Einmal Krog, einmal Schatzkarte, einmal ein Trüchen, Patz, ein Haufen schönes Zeug. Was ist denn ein Schwertdorn? Ah, okay, alle Schwertdornen also sammeln! Ein Pokupilz! Ah, Grabstaub! Müssen wir finden hier! Dann wissen wir ja schon mal, wonach wir suchen müssen! Eine Höhle! Und unfreundliche... Eine Höhle mit unfreundlichen Gesellen! Zuerst den Ghoul ausschalten! Vielleicht wären Bomben doch noch so eine schlechte Idee gewesen. Nichts! Noch schön daneben schiessen, hier! Hier ist ja auch noch der Ghoul! Oh-oh! Nicht cool! Was? Wie kann denn der dann nehmen? Der dann? Hallöchen! Na, wie geht's denn so? Oh-oh! Gut, dass sie so dum sind! Okay, dann kümmern wir uns noch um den Ghoul! So! Hallo, ein kleiner Ghoul! Mist! Mist! Ah? Pats Junge! Meine Güte, schon wieder fast die ganze Muni aufgebraucht! Mit dem Dolch war er der schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod, seine Spur verlor sich irgendwo an. Okay. Okay. Ah! Ja! 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 Ein Problem! Mist! Wie kann man denn von dieser Entfernung... Wie kann man von dieser Entfernung bitteschön daneben schießen? Kann doch nicht wahr sein! Kann doch nicht wahr sein! Ne Kiste! Ja. Was ist er? Ja. Was? Ja, geht doch! Nochmal so ein Wächter! Hoffentlich haben wir genug Muni! Schnell weg hier! Na komm schon! Bist! 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 Okay! Wir können hier gleich wieder verschwinden! Wir haben ja schon wieder keinen Muni mehr! Ach ist das nervend! Aber man hat ja gegen die Bist auch keine andere Chance! Bist! Oh, damit sind wir vielleicht! Bist! 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 Ich denke das wird schon gut so sein! Ein bisschen was auf Kampf und auf Härte! Es wird Zeit, einen neuen Kurs zu setzen. Ich bin Captain. Nach Antigua. Und wir müssen rüber springen. So. Hier können wir wieder Säbel und Schwerthau verwenden. Entweder du wirst von irgendeinem Monster gefressen. Oder sie darf nicht... So. Der schlaue Schiffsausrüstung. Antigua. Inventar. Was ist mit ihm passiert? Hatte wohl ne große Klappe. Da hat's Leid ihn über... Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist alles so aufregend. Ich glaube, erst einmal werde ich mich auf meine Schatzsuche vorbereiten. In ein paar Tagen breche ich dann auf und werde dieses Drecksnest weit hinter mir lassen. Pass auf, Piratenwelt. Hier kommt Captain Rick. Eines Tages werde ich auch... Ja, das wissen wir ja bereits. So, hier haben wir immer noch... Das Problem mit Slain. Lass uns bald hier abhauen. Ähm... Ja, super. Naja, versuchen wir doch nochmal das Schissduell mit Dovan. Vielleicht schaffen wir sie auch da. Es gibt ein Gesprächs. Ich will noch ne Runde. Ihr könnt es so oft versuchen, wie ihr wollt. Ihr werdet es nicht schaffen. Aber wenn ihr darauf besteht... Es geht los. Ja, ja, lass sie kommen. Wisst. Oh, leider verloren. Ach.